Wo sind die anderen? Die sind unten, glaube ich. Die haben keinen Bock. Unterricht hat angefangen! Was für er denn jetzt? Das sind dumme ***, Alter. So ein lächerlicher... Oh mein Gott, die Mutter! Ey, das ist Pinky! Wir müssen wieder raus! Du hast verrückt! Endlich, Klasse, war zackig! Scheiße! Du hast deinen Rucksack vergessen! Alle hoch jetzt, ihr war zackig! Damit wäre geklärt, wie jedes Kommando hat. In Zukunft bewegt ihr eure *** rein, wenn's klingelt und fällt nicht mehr unangenehm auf. Und jetzt? Wir haben eh keine Hausaufgaben gemacht. Das ist mir doch scheißegal. Du sitzt in der Klasse, alles andere ist nicht mein Problem. So, hier ist der Deal. In ein paar Wochen fliegt ihr eh alle, bis dahin will ich meine Ruhe haben. Ihr seid die Loser-Klasse. Alle Lässt du nur bei euch im Lehrerzimmer. Ich kann mit euch machen, was ich will. Interessiert keinen. Ihr seid Abschau. Und jetzt Fresse halten und sitzen bleiben, bis die Stunde vorbei ist. Hast du mal Kreide? Guck doch selbst. Deine Schülerin weint. Chantal! Ja? Oh, leise! Sag mal, du machst dir gar nichts draus, kann das sein? Woraus? Dass sie dich respektieren? Hast du nichts zu tun? Kartoffeldruck vorbereiten oder sowas? Das ist nicht pädagogisch wertvoll, was du hier ablieferst. Die sehen traumatisiert aus unserer Wahl. Was haben die eigentlich alle im Gesicht? Die haben Namen Schiller gebastelt und sich voll geschmiert. Jetzt mach einen Abflug und erklär mir nicht, was sie brauchen. Ich kann mich sehr gut in die Ersche reinversetzen, mein Lieber. Und wie machst du das? Du drehst deinen Stock im ... Das ist Facebook oder was? Mach gefälligst du deine eigenen Witze. Austherapiert bist du auch nicht, oder? Entschuldigung, das war nicht in Ordnung. Entschuldigung! Entschuldigung!